Yo Leute, was geht? Ich bin Kevin und jetzt auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video werden wir eine Challenge in Solo machen, nämlich ich darf nur eine Waffe spielen. Ich darf, aber ich darf Granaten und so weiter und so fort benutzen, Healing. Alles darf ich benutzen außer Waffen. Waffen darf ich nur eine benutzen. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Wir sind jetzt in einer Runde drin, landen, warte, warte, was. Wir werden jetzt in Conny Cross jetzt landen, ich glaube schon. So Leute, wir fliegen jetzt in die Stadt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie Hype ihr auf die neue Fortnite-Season seid, weil ich bin richtig gespannt auf die neue Season. Vielleicht werde ich mir den Mailpass auch holen, Leute. Ja, ihr könnt auch gerne das Video anschauen, was alles in der neuen Season reinkommen wird. Ich habe natürlich dazu ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen, würde mich sehr doll freuen. So Leute, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ich noch für Challenges in Fortnite machen soll. Und vielleicht kann ich das mal machen. Leute, okay Leute, wir dürfen nur mit dieser Waffe spielen. Let's go, es wird richtig spannend sein. Oh, hier ist die. Aber wir dürfen die nicht einsammeln, weil wir dürfen nur mit einer Waffe spielen. Ist ja der Sinn, ne? Monitionen dürfen wir einsammeln, dürfen wir einsammeln, dürfen wir einsammeln. Healing, Leute dürfen wir auch einsammeln. Die Grüne dürfen wir nicht einsammeln, weil das ist meine Waffe. Ich darf die Grüne nicht einsammeln. Mess darf ich auch einsammeln, Leute. Ich glaube, die Gegner sind wirklich klar. Wenn nicht, dann wird ihr die, glaube ich, gleich schon verstehen. Wenn wir auch ein bisschen länger hier zucken würden. So Leute, ich werde jetzt auf die Gegner pushen gehen. Oh mein Gott, nein. Ich brauche die Waffe. Das wäre die perfekteste Waffe. Aber eigentlich auch Sprayer-Waffe, sage ich sicherlich. Komm, aim. Mein aim. Die ist schlechter als schlecht. Leute, unser erster Kill. To, so, so, so. Healing dürfen wir einsammeln, Leute. Ja, Mann. Bis jetzt läuft alles gut, Leute. Bis jetzt läuft alles gut. Okay, was hatte er dabei? Nicht so viel interessiert mich auch nicht, was er dabei hatte, weil ich dachte, dass wir nicht einsammeln. Leider. So, was gibt es denn hier im Haus? Hier war ich doch schon. Oh mein Gott. Was? Umfubanda. Scheiße, er hat ein Blutschild. Oh mein Gott. Was habe ich dir getan? Oh mein Gott. 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 Tryhard. Tryhard. Was habe ich dir getan? Tryhard. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. So Leute, die erste Runde war komplett scheiße. Wir haben die zweite Runde. Wie gesagt, neue Runde, neues Glück. Jetzt werden wir irgendwo anders landen, weil... Ja. Komm, wir landen jetzt. Sleepy Sound. Ich hoffe, wir werden wirklich eine sehr gute Waffe bekommen. Wünscht mir auch wirklich Glück, damit ich jetzt den epischen Sieg hole. Bitte gönn mir eine gute Waffe. Gute Waffe. Gute Waffe. Gute Waffe. Gute Waffe. Wir müssen jetzt in einem guten Haus landen, um eine richtig gute Waffe zu bekommen. Ergibt doch Sinn. Was haben wir hier? Eine Pistole, Junge. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Aber Granaten dürfen wir mitnehmen. Granaten sind keine Waffen. Scheiße, 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 scheiße. Hier sind da auch noch Gegner, Junge. Nein, 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 nein. Leute, als ob ich mit der Sniper spielen werde. Was denkt sich Epic Games dabei? Hoff nicht. Nein, nein, nein. Kein Bock, mit der Waffe zu spielen. Gar keinen Bock, Leute. Nein, nein. Gar keinen Bock. So, nein. Ich habe die aus Versehen eingesammelt. Aber trotzdem, Leute, wir haben eine MK7. Einfach sehr cool, Leute. Die Runde läuft bis jetzt richtig gut. Komm, komm, komm. Yummies. Die Runde läuft bis jetzt besser, als ich dachte. Weil ich dachte, ich werde jetzt sofort verkacken, weil... Bruder, da war eine Sniper. Wie soll ich mit einer Sniper spielen? Hm, Leute? Wie soll ich mit einer Sniper spielen? Wie? Als ob die denken, ich wäre auch nur Sniper. Hm, wahrscheinlich. So, Leute, jetzt gehen wir auf die Gegner pushen, weil mir ist jetzt langweilig. Aber die Gegner dürfen mich nicht pushen. Weil dann bin ich tot. Und wenn ich die pushen gehe, dann bin ich auch tot. Ähm, okay, Stein, Stein, Stein brauche ich. Deinen brauche ich auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich habe mich übergeschrocken. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Nein, nein. Oh, mein Gott, ich habe Aim-Bot. Oh, mein Gott, Fortnite. Habt ihr das gerade gesehen? Das war so clean, Mann. So, Leute, so, Leute. Wild, wild, wild. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, mein Gott, hier ist eine Absperrung. Oh, ey. Scheiße. Okay, Leute, bis jetzt läuft die Runde perfekt, Junge. 113 Munition. Die Runde kann nicht besser laufen, Leute. Die Runde kann wirklich nicht besser laufen. Die Tür zuschließen, dann kann ich reinkommen. Oh, mein Gott, Leute, dieses Haus sieht so cool aus. Was ein Fernsehen-Lahn hat safe um die 1 Mio Euro gekostet. Safe. Was ein Gaming-Stuhl. Leute, bewertet den Gaming-Stuhl von 1 bis 10. Meiner Meinung nach 10 von 10, Leute. Zu wilder Gaming-Stuhl. So, okay, nichts Besonderes habe ich hier. So, was hat denn der Automat zu bieten? Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Mein Herz ist fast rausgesprungen. Oh, mein Gott, nein, nein, die Runde kann nicht schlechter laufen. Die Runde kann nicht schlechter laufen. Nein. So, Leute, letzter Versuch. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann ist die Challenge einfach unmöglich, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so scheiße. Ich lande in Greasy Grow, Leute. So, wir sind fast bei Greasy Grow angekommen. Fast bei Greasy Grow. Leute, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ist eure Lieblingsstadt? Oder was war eure Lieblingsstadt? Ich weiß nicht, warum, aber damals, ne? Solty Springs, immer Solty Springs. Wenn Solty Springs reinkommt, dann Fortnite-Beste. Dann ist das zu wild. Ey, was soll ich denn mit dieser Waffe? Gegner, kommt, ich bin weg. Als ob die denken, ach, ich spiele mit dieser Waffe. Ey. Ich glaube, es hackt bei euch. Ah, was soll's, Leute. Ich habe keine einzige normale Waffe. Was ist das? Hey, hier war doch eine ganz normale, nice, gute Waffe. Okay, Leute. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Nein. Was habe ich dir getan? Scheiße. Wieder diese Waffe. Von dieser Waffe renne ich nicht weg. Okay, dann werden wir eben mit dieser Waffe die Runde spielen. Nein, ich habe diese Waffe gesucht. Diese Waffe. Nein, er hat die. Was hat er für eine Waffe? Nein, die weg. Nein, 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 nein. Scheiße, Leute. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nein. Scheiße, Scheiße. Scheiße, was habe ich dir getan? Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abonnier-Kanal und aktiviert die Glocke, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.